So, nein, hier ist es nicht perfekt. Dann kommt... Und dann kommt... Okay, dann kommt... Dann kommt... Dann kommt... Ah, das kommt weg. Naja, okay. Ja, schrumpft es. Ich lasse mal die weg. Wieso hast du da eigentlich ziemlich voll gekriegt, dass es entdeckt wird? Da geht es mir ein bisschen. Das wird nehmen und dann... Auf jeden Fall weg. Na, sieht doch schon ein Problem nicht mehr aus. Das ist bestimmt auch immer meiner. Das ist bestimmt auch schon. Wo kriegen die eigentlich ihre Erde her? Würde mich ganz gerne interessieren. Oh, die Erde, die Nacken, die Staffel wird hier auf den Mond umsetzen. Hör ich viel weg. Oh, ich weiß, was ich bin weg. Oh, ich weiß, was ich bin weg. Oh, man, oh, ich weiß, was ich bin weg. Oh, ich weiß, was ich bin weg. Oh, ich weiß, was ich bin weg. Alles gut. Oh, ich weiß, was ich bin weg. Oh, ich weiß, was ich bin weg. Oh, ich weiß, was ich going weg. Okay. Nur eine Wand weiter. Ich muss noch mal tiefe gehen. Kann ich doch nicht. Eigentlich. Dann wird uns diese. Hier wird hier noch. Boah, wie ist das heiß? Ja, gut. Wir sind dann gleich wieder da. Da sind wir auch schon wieder. Der Internet funktioniert nicht. Ja, das interessiert mich doch jetzt nicht. Hallo. Genau, ob der zweite Suche man hergeht. So, da müssen wir das Akku schießen. Oh nein, das wird jetzt auch schon lange gelaufen. Oh, ich gehe nicht hin. Dann braucht es gut, sicher. Ich greife da gerade ziemlich ein. Okay. 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 Man weiß ja nicht, ob man die Kiste braucht. Man weiß ja nicht, ob man die Kiste braucht. Man weiß ja nicht, ob man die Kiste braucht. Man weiß ja nicht, ob man die Kiste braucht. Na gut, dass ich so viele Schaufe genommen habe. Jo, passt alles mit ihm an. Man weiß ja nicht, ob man die Kiste braucht. Man weiß ja nicht, ob man die Kiste braucht. Man weiß ja nicht, ob man die Kiste braucht. Man weiß ja nicht, ob man die Kiste braucht. Man weiß ja nicht, ob man die Kiste braucht.